Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid auch alle genauso gehypt wie ich aufs neue Totti. Und pünktlich zum Totti würde ich sagen, gibt es den einen oder anderen Trading-Tipp, mit dem ihr auch diese Woche richtig viel Profit machen solltet. Also nicht verpassen, reinschauen und bis gleich. Ja, da würde ich sagen, auf geht's. Und zwar habe ich heute drei Trading-Tipps für euch mitgebracht. Eine Sache kommt noch dazu, also in Klammern 4 könnte man vielleicht noch sagen. Etwas riskanter, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Sache. Ja, starten wir auch direkt rein mit dem ersten Trading-Tipp. Und zwar gibt es nur Halloween-Karten. Und hier der gute Sarko 28.000 Coins aktuell. Vielleicht könnt ihr ihn auch etwas günstiger erbieten, müsst ihr mal schauen. Wenn ihr einen Boost bekommt, kommt er auf ein 88er Rating. Was bedeutet das, wenn er einen Boost bekommt? Ich gehe hier unten mal auf den Graphen, schauen wir uns das Ganze dort mal an. Und ihr seht, wenn ein Boost kommt, steigt er auf bis zu 40.000 Coins an. Was bei ihm auf jeden Fall ein guter Profit ist. Das bedeutet 10k Profit pro Sarko, den man hier kauft. Nr. 2, den ich euch empfehlen kann von den Scream-Karten ist der Kovacic. Der bekommt mit einem Boost ein 89er Rating. Im Falle eines 89er Ratings steigt dieser Spieler auf 42 bis sogar auf 50k. Gerade jetzt, wenn neue Ikonen-SBC kommen, könnte das sehr interessant sein. So, kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Dieser Trading-Tip, den ich euch jetzt sage, den könnt ihr immer Dienstag anwenden. Warum am Dienstag? Ganz einfach. Am Dienstag kommen immer die Top-Partien um 19 Uhr. Und das ist auch die interessante Phase. Also, wenn ihr nicht zwischen 19 und 19.30 Uhr an der Konsole oder am Handy seid, um das anzuwenden, spielt das keine Rolle. Aber das funktioniert wirklich jede Woche. Wir gehen einmal rein. Ich zeige euch jetzt, ich würde sagen, ich zeige euch vier Spieler, wo ich denke, bei denen könnte das auf jeden Fall klappen. Bei mir hat es bei einigen Spielern letztes Mal funktioniert. Ich habe da auch auf Twitter eine Kleinigkeit zugeschrieben. Also, einfach unter der Beschreibung mal auf Twitter nachschauen. Da habe ich den Spieler auch gezeigt, bei dem es geklappt hat. Ich glaube, das müsste sogar der, den ich, ja, fangen wir mal mit dem an, der müsste das sogar sein. So, dieser Spieler hier kostet 5000 Coins. Ich glaube, der könnte aktuell bei 4, 5 liegen oder so, wenn ich mich nicht ganz irre. Nein, der liegt bei 5000 Coins, ist hier der günstigste Spieler. Ja, den hatte ich letztes Woche, letzte Woche, letzte Woche meine ich natürlich, für 2400 Coins erboten oder sogar sofort gekauft bekommen. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum steigen die, sinken die denn am Dienstag so plötzlich? Ganz einfach, die Top-Partien-SPCs, die es jetzt gibt, es gibt nicht so hohe Anforderungen, auch nicht mehr ganz so krasse Packs wie letztes Jahr, ganz klar. Und man zieht sehr viele Silberspieler aus diesen Packs, die es dort gibt. Und gerade aus diesem Grund sinken die Spiele am Dienstag extrem. Ja, vielleicht ist es diese Woche, Dienstag nicht ganz so extrem wie sonst. Durch das ganze Totti, es werden eh viele Packs geöffnet. Aber auf jeden Fall solltet ihr euch das mal im Auge behalten. Diesen Spieler ungefähr 5000 Coins normalerweise. So, Spieler Nummer 2, Ledgerd, schauen wir mal kurz nach, der kostet aktuell gerade, oh, sehr viele Coins. Der kostet gerade 8000 Coins. Ja, ihr könnt auch auf Footbin schauen, wie die Kurve sich so entwickelt. Schaut dort nach dem Durchschnittspreis dieses Spielers wirklich. Schaut ganz einfach mal nebenbei kurz nach, damit ich euch mal den Durchschnittspreis des Spielers, nennen kann. Der müsste aber auch im Bereich 8000 sein. Der liegt im Durchschnitt bei 7500 Coins, so was in dem Bereich 7000. Teilweise ist er also auch manchmal etwas günstiger als jetzt aktuell. Wie gesagt, schreibt euch den auf und guckt da mal nach. Spieler Nummer 3. Wer jetzt nicht ganz versteht, warum diese Spieler und wieso, weshalb und was das Ganze hier soll, und zwar werden diese Spieler für SBCs benötigt. Ja, mit diesen Spielern macht man SBCs hier, MLS Liga ist der hier zum Beispiel. Der Ledgerd, habe ich jetzt gerade ganz vergessen, wo der war, ich glaube in Italien spielt er irgendwo, genau, in Italien müsste es sein. Der liegt jetzt bei 6000 Coins. Wie gesagt, man kann teilweise bis zu 100% mit den einzelnen Spielern hier tatsächlich machen. So, und schauen wir mal noch nach Marke, wie auch immer der ausgesprochen wird. Liegt auch bei 8000 Coins, was sehr, 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 sehr viel ist. Jetzt gerade am Sonntag sind die vor dem Totti vielleicht auch nochmal etwas teurer als sonst, weil jetzt einige die SBCs noch machen, indem man gute Packs ziehen kann. Aber wie gesagt, auch das ein Spieler, der interessant werden könnte, der vielleicht, vielleicht auch für 4000 Coins zu haben ist. Wenn diese Spieler nicht zu treffen, guckt auf Football einfach nach anderen relativ teuren Silberspielern und schaut, wer ist für eine Liga-SBC interessant und da passt das auf jeden Fall. Dann kommen wir nun zum Team der Woche. Warum kommen wir jetzt überhaupt zum Team der Woche? Naja, ganz klar. Und zwar werden richtig viele Packs geöffnet werden, wenn das Totti denn jetzt rauskommt. Bedeutet also, jeder dieser Spieler sollte hier Abstoßpreis erreichen, der hier auf der Ersatzbank ist. Von der Ersatzbank, hier werde ich mir auf jeden Fall jeden Spieler einmal mitnehmen und in den Verein tun. Das empfehle ich euch auch. Das sind also hier, wenn wir 10.000 Coins pro Spiel rechnen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120.000 Coins, die wir schon mal alleine in diese Spieler investieren können und könnten am Ende, weiß ich nicht, so 150, 160, 180.000 Coins vielleicht rauskriegen, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen noch mehr. Ja, die packt ihr einfach in euren Verein und dann lasst ihr sie dort liegen. Das ist ein etwas längeres Investment. Auch hier von der Startelf werde ich mir alle Spieler einmal mitnehmen, außer vielleicht den guten Bale, der wird vielleicht zu teuer sein und Immobilien. Aber der Rest sollte sehr stark in den Keller gehen. Wenn wir jetzt hier mal auf Roberto gehen, ein 84er Spieler, der könnte im Bereich 15.000 Coins ungefähr liegen, wenn wir Glück haben, das wäre auf jeden Fall sehr günstig. Koulibaly sollte runtergehen, auch der interessant, der auch Abstoßpreis, der Linksverteidiger ebenfalls Abstoßpreis, ZDM ebenfalls. Brahimi ist ein 86er Spieler, 86er Inform-Spieler, sollte auch sehr, sehr günstig werden. Wie viel genau will ich jetzt nicht mutmaßen, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie Anfang 20, 22, 24.000 Coins, das wäre auf jeden Fall sehr geil. Können wir den mitnehmen. Das Gleiche gilt für Bas Dost, der ja jetzt schon bei 28.000, 29.000 liegt. Also wenn die am Bereich 20.000 liegt, wäre das auf jeden Fall perfekt, sollten wir zuschauen. Kommen wir jetzt zum letzten Thema. Also wir haben jetzt drei Sachen genannt. Das sind einmal die Screen-Karten. Ja, das sind einmal die Silberspieler, die wirklich am Dienstag funktionieren. Und dann das aktuelle Team der Woche, wo ich jeden Spieler einmal mitnehmen werde. Es werden diverse Promopacks kommen. Die Spieler werden ziemlich stark sinken. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt am Montag um 19 Uhr machen oder sowas, sondern ihr könnt auch warten am Dienstag und so weiter, wenn da wieder Promopacks kommen und dann die Spieler dann eben kaufen. Wie gesagt, jetzt kommt das vierte und letzte Thema. Und zwar geht es um Valencia und De Gea. Schauen wir hier mal ganz kurz rein. Valencia, da ist er. Den gibt es relativ selten auf dem Markt. Es gibt von ihm, glaube ich, auch nur, ja, jetzt gibt es gerade, sagen wir mal, es gibt zwei Seiten. Er ist aktuell bei 600, ich weiß nicht, vorhin war er bei 620, wir gucken mal für 630, ja genau, 615, 598.000 Coins. Also unter 600.000 Coins ist er gedroppt. Er war bei 750.000 Coins vorher. Klar ist er gedroppt. Einfach, weil er ins Totti kommen könnte. Also für mich ist es, dass er ins Totti kommt eher unwahrscheinlich, weil die Leistung nicht ganz so krass ist. Da gab es den Kimmich, der zum Beispiel deutlich besser war oder auch den Dani Alves. Beide waren besser, ob es kommt, deswegen so ein kleines Risikoinvestment, ja. Zum einen kommt Valencia, wird der Totti extrem teuer sein und dann werden wieder doch einige auf den Inform umschwenken. Das heißt, das könnte dadurch der Preis wieder steigen. Oder kommt Valencia nicht, wird der Inform Valencia wahrscheinlich steigen, weil er einfach ein krasser Spieler aus der, also der beste Rechtsverteidiger eigentlich der Liga ist. Ja, so meine Herangehensweise an die Sache. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ist ja kein saves Investment, sondern ein bisschen risikobehaftet. Genau das gleiche in grün, gelb oder lila oder wie auch immer ihr das wollt, geht natürlich für der Rea, den Torhüter, den Inform. Auch der ist im Preis stark gesunken und für ihn natürlich dasselbe, wenn er ein Totti bekommt, was sehr wahrscheinlich ist, kann sein, dass der so extrem teuer ist, dass doch einige auf den Inform wieder umschwenken und dadurch der Preis wieder steigen könnte. Ja, dann hoffe ich zum Schluss, dass euch das Video gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr, nein, nicht hier, sondern ich verwechsel das jedes Mal, wenn ihr hier jetzt zum Ende noch einmal abstimmen könnt, würdet. Ob ihr Bock habt, am Ende jeder Woche ein kleines Feedback bzw. eine Zusammenfassung der Woche seht, dass ich da ein Video zu mache, einfach mal da oben abstimmen. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal, viel Erfolg und ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein Totti zieht. Bis dann!